Und damit sind wir bereits beim Finale von Stars on Ice angelangt. Noch einmal sehen wir alle Mitwirkenden der Show gemeinsam auf dem Eis. Mit dabei im diesjährigen Ensemble Yuka Sato. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Alexej Jagodin und Todd Eldridge Musik 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 Jenny Mino und Todd Sand Musik 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 Jamie Saleh und David Paltier Musik 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 Elena Bereschnaya und Anton Sikarulice Musik 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 Dazu als Gaststar Scott Hamilton Musik 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 Nicht zu vergessen Oksana Bayul Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020